Sommerzeit ist Ferienzeit. An den Falkensteinsee in Ganderkesee zieht es in dieser Zeit besonders die Camper. Der 70-jährige Günther Hohmann kommt sogar schon seit über 35 Jahren hierher. Und das nicht nur in den Ferien. Er ist Dauergast in der Anlage. Man fühlt sich hier sauwohl. Man ist hier nicht alleine, man hat Freunde hier draußen. Und die Abwechslung ist eben da. Man hat das Grüne hier. Mir gefällt also für sich alles hier. Dabei suchte der Rentner den Wohnwagenstellplatz ursprünglich gar nicht für sich selber. Schwiegereltern, die hatten in Dunen einen Campingplatz. Und der wurde innerhalb von einem Monat um 500 DM damals erhöht. Und dann kam der Schwiegervater an und sagte, versuch mal einen Campingplatz zu kriegen für mich. Und dann fing das ja hier gerade an mit dem Platz. Und da habe ich einen Vertrag gemacht und alles. Und nach 14 Tagen sagte er, ich bleibe in Dunen. Ja, dann habe ich den genommen. Und so fing alles an. 38 Jahre später ist Günter Hohmann ein Urgestein auf dem Campingplatz. Kein Einzelfall. Auch Familie Kuhlmann aus Delmenhorst ist vor Jahren hier sesshaft geworden. Für ihre Erholung haben sie beschlossen, nicht mehr in die Ferne zu schweifen. Der Stress auf der Autobahn und sowas, da habe ich keine Lust mehr dazu gehabt. Dann hatten wir uns umgeguckt, mehrere Plätze. Und sind dann, ja, hierher gekommen. Und als Durchgangscamper ab und zu mal und dann haben wir was ausprobiert. Ja, und sind die hängen geblieben dann. Seitdem genießen sie die Ruhe und die Natur rund um ihren Wohnwagen. Campingplatzbesitzerin Rieke Meiners kann sehr gut nachvollziehen, warum manche ihrer Gäste sogar gar nicht gehen wollen. Man ist viel mehr draußen, als wenn man jetzt viel mehr Haus drumrum hätte sozusagen. Man hat die Urlaubsstimmung, man hat den See. Morgens zwitschern die Vögel. Es sind morgens schon Camper auf dem Fahrrad unterwegs, einfach um ihr Müll wegzubringen zum Beispiel. Es ist alles mobiler. Das Ganze hat einfach eine Leichtigkeit am Leben. Mit einem Wohnwagen lässt es sich eben nicht nur angenehm reisen, sondern auch gut leben. Mit einem Wohnwagen Mit einem Wohnwagen Mit einem Wohnwagen